Der goldene Vogel Es war einmal ein König, der hatte einen wunderschönen Garten. In diesem Garten stand ein Baum, der goldene Äpfel trug. Aber jeden Tag fehlte ein Apfel. Der König war sehr traurig darüber und wollte wissen, wer die goldenen Äpfel stahl. Er schickte seinen ältesten Sohn in den Garten, um in der Nacht aufzupassen. Der Prinz wartete und wartete, aber er wurde müde und schlief ein. Als er aufwachte, war wieder ein Apfel weg. Am nächsten Tag schickte der König seinen zweiten Sohn in den Garten. Aber auch er schlief ein und wieder fehlte ein Apfel. Dann ging der jüngste Sohn, der oft als der dumme Prinz bezeichnet wurde, in den Garten. Er wollte nicht schlafen, also trank er Wasser und blieb die ganze Nacht wach. Mitten in der Nacht sah er einen wunderschönen Vogel, der golden leuchtete, auf den Baum fliegen und einen goldenen Apfel nehmen. Der junge Prinz versuchte, den Vogel zu fangen, aber er konnte nur eine Feder bekommen. Diese Feder war golden und glänzte hell. Am Morgen erzählte er seinem Vater vom goldenen Vogel. Der König wusste, dass dieser Vogel sehr selten und wertvoll war. Er wollte den goldenen Vogel haben und sagte zu seinen Söhnen, dass derjenige, der den Vogel bringt, nach seinem Tod König werden würde. Der älteste Prinz machte sich zuerst auf den Weg. Er kam in einen dunklen Wald und sah ein kleines Haus. Ein grauer Mann stand vor der Tür. Der Prinz fragte ihn nach dem goldenen Vogel. Der Mann sagte, ja, ich kenne den goldenen Vogel. Aber du musst mir erst helfen. Der Prinz war aber stolz und dachte, er bräuchte keine Hilfe von einem alten Mann. Also ritt er weiter, aber er verlor sich im Wald und fand den Weg nicht mehr. Dann ging der zweite Prinz los. Er traf denselben grauen Mann und machte den gleichen Fehler wie sein älterer Bruder. Auch er verlor sich im Wald. Schließlich machte sich der jüngste Prinz auf den Weg. Als er den grauen Mann traf, war er freundlich und hörte ihm zu. Der Mann sagte, folge dem Pfad und du wirst zu einem Schloss kommen. Dort wohnt der goldene Vogel. Aber sei vorsichtig. Der jüngste Prinz dankte dem Mann und folgte dem Pfad. Der Pfad führte den jüngsten Prinzen zu einem hohen Schloss, das in der Ferne leuchtete. Als er das Schloss betrat, war alles still. Er ging durch die langen Hallen und fand schließlich einen Raum, in dem der goldene Vogel in einem goldenen Käfig saß. Neben dem Käfig lag ein goldenes Apfel. Der Prinz wollte den Vogel nehmen und ging zum Käfig. Aber als er den Vogel berührte, schrie der Vogel laut. Sofort wachten alle im Schloss auf, und der Prinz wurde gefangen genommen. Der König des Schlosses kam und sah den Prinzen. Warum willst du meinen goldenen Vogel stehlen? fragte der König. Der Prinz erzählte ihm von dem Baum mit den goldenen Äpfeln und wie er den Vogel zu seinem Vater bringen wollte. Der König dachte nach und sagte, ich gebe dir den goldenen Vogel, wenn du mir etwas bringst, das goldene Pferd aus dem Nachbarreich. Der Prinz stimmte zu und machte sich auf den Weg zum Nachbarreich. Dort fand er das goldene Pferd, aber er wurde wieder gefangen genommen, als er versuchte, es zu nehmen. Der König dieses Reiches sagte, du kannst das goldene Pferd haben, wenn du mir die Prinzessin vom goldenen Schloss bringst. So ging der Prinz zum goldenen Schloss und, mit Geschick und Freundlichkeit, gewann er das Herz der Prinzessin. Sie beschloss, mit ihm zu kommen. Zusammen brachten sie das goldene Pferd zum zweiten König und dann den goldenen Vogel zum ersten König. Schließlich kehrte der Prinz mit der Prinzessin, dem goldenen Vogel und dem goldenen Pferd zu seinem Vater zurück. Der König war sehr glücklich und stolz auf seinen jüngsten Sohn. Er sagte, du wirst der nächste König sein. Die Geschichte endet mit einer großen Feier im Königreich. Der jüngste Prinz und die Prinzessin heirateten und lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Der goldene Vogel sang jeden Tag für sie und der Garten war voller goldener Äpfel.